Liebe Leute, es ist mal wieder an der Zeit, Field of Glory 2 gegen General Butterblümchen zu spielen. Haben wir lange nicht gemacht, ist jetzt auf der Agenda. Und zwar spielen wir Griechen gegen Griechen. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben neulich eine Partie Commands and Colors Ancients gespielt. Das ist so ein Hex-basiert, also ein Brettspiel, Hex-basiert mit Holzblöcken. Eigentlich, wir haben es natürlich über einen Tabletop-Simulator gespielt. Genau, und zwar, jetzt erinnere ich mich gar nicht mehr ganz genau, die Schlacht bei Delion war es, glaube ich. Peloponnesischer Krieg, Athen versucht in Theben einen Umsturz herbeizuführen. Der scheitert allerdings und die Beoze-Thebischen Truppen fangen die athenische Streitmacht ab. Und genau, ich konnte diese Partie für mich entscheiden. Da kam dann der Vorschlag im Discord, dass wir das Ganze doch mal bei Field of Glory 2 quasi rematchen sollen. Also, ich bin sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Leider ist Sparta ja die einzige Fraktion, sozusagen Griechenland, die einzige Polis, griechische Polis, die eine eigene oder mehrere eigene Armehlisten hat. Die anderen sind alle als Griechen eingeordnet. Und der Unterschied bei der Auswahl der Truppen wird jetzt sicherlich abhängig von dem Gelände und den Plänen, die wir so haben, sein. Ich bin sehr gespannt, mittlere Größe, Standard-Sieg-Bedingungen, das ist alles klar. Schauen wir uns das Gelände mal an. Eine große offene Ebene mit einem Sumpf. Hier ein bisschen unebenem Gelände und hier unebenem Gelände. Wie weit können wir aufstellen? Bis zum Sumpf. Wir können also da reinziehen. Dann sollten wir Hopliten mitnehmen. Die hier quasi zumachen. Hopliten-Söldner. Wenn wir gerade mal gucken. Die erfahrenen Hopliten sind überlegen und geschützt. Die Söldner sind durchschnittlich geschützt. Die Bürger sind durchschnittlich geschützt, allerdings unflexibel. Dann haben wir die tragischen Pell-Tasten und die griechischen Pell-Tasten. Durchschnitt geschützt, durchschnitt geschützt. Die sind identisch. Kritische Bogenschützen, Bogenschützen, Pell-Tasten, Schleuderer. Also Bogenschützen und kritische Bogenschützen nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht die kritischen sogar eher noch in den Sumpf. Und die anderen als Deckung hier davor. Schleuderer nehmen wir auch. Und Wurfspieße beordern wir darüber. Nehmen wir auch alles mit. Wobei, warte mal, es gibt ja noch die Pell-Tasten. Hm. Es gibt auch noch die Pell-Tasten. Ich nehme einmal Kavalerie mit. Für Flankenmanöver. Für das Gelände brauchen wir auf jeden Fall mittlere Infanterie. Da kommen jetzt hier nur die Pell-Tasten in Frage. Leichte, schwere Schwertkämpfer 50%. Können wir noch einen mitnehmen. Und einen da. Einmal die Söldner hier rein. Das sind Obstlitenbürger. Die nehmen wir als Reserve mit. Nach hinten. Man kann natürlich das auch negieren. Und sagen, wir gehen komplett mit denen hier rein. Und versuchen dann Flankenmanöver rauszuholen, wenn sich das hier gibt. Nehmen wir die mit, falls hier einer durchstoßen will, dass wir da die Einheiten abfangen können. Nehmen wir noch die Pell-Tasten mit. Vielleicht können wir die sogar ein bisschen offensiver eine Reihe weiter nach vorne stellen. Und nochmal erfahrene Obliten. Und dann Söldner. So, wir negieren hier erstmal die Flanke. Wir brauchen allerdings hier Einheiten, die auch die Lücken füllen können. Dafür nehmen wir nochmal ruhig weitere Oblitenbürger-Einheiten mit. Könnte sich auch so versetzt hinstellen. Und dann da noch einen. So. Hätten wir noch 56. Da könnten wir nochmal einen Söldner mitnehmen. Und zum Beispiel hier im Zentrum in die zweite Reihe stellen. Oder hier und hier nochmal so. Leichte Reiter wären auch nochmal was. Hm, dann lasst uns einen Oblitenbürger rausnehmen. Das war jetzt der da oben. Ne, wir machen es trotzdem so. Oder so dann. So, ja. So ist glaube ich ganz gut. Und 50 Punkte haben wir jetzt noch. Können wir also zweimal leichte Kavalerie mitnehmen. Um denn eventuell die feindlichen Plankler zu jagen und zu stellen. Zwei weitere Generäle sind noch möglich. Wir haben ja den Oberbefehlshaber in der Kavalerie. Wir haben hier einen für die Hauptgruppe. Das ist auch ein sehr fähiger Mann. Trotzdem stecken wir hier für den Flügel einen ab. Der ist so mittelmäßig gut. So, die Plankler kommen dann. Nein. Kommen dann in die Gruppe. In die Hauptgruppe sozusagen. Und wir können ja noch ein General. Wie gut ist der denn? Ist okay eigentlich. Wer kommt hier in die Flanken-Trouble? Aber der reicht da vorne nicht hin. Dann müssten die Bogenschützung können hier mit rein. Oder sie gehen alle zu ihm hier mit rein. Was der Oberbefehlshaber da vorne weiter sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Es sei denn, wir setzen ihn da in die irgendwo in eine Einheit rein. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich neige dazu, die Plankler immer weit nach vorne zu werfen, sodass sie dann irgendwie plötzlich doch nicht mehr ausweichen können. Werden wir ein bisschen vorsichtig spielen. Ich schätze mal, Buddha Blument steht eher jetzt hier. Wobei, ja, vielleicht will er das auch nutzen. Wobei, wir sind natürlich wieder näher dran. Ach, es ist spannend, Leute. Es ist spannend. Ich freue mich auf die Partie. So, dann gucken wir doch mal, wie die Athener aufgestellt haben. Ja, verweigerte linke Flanke hier bei ihm. Genau umgekehrt. Und verstreute Plankleraufstellung hier. Drei leichte, okay. Hm, das ist interessant. Ein Planklerschirm. Der aber nicht seine Infanterie abschirmt, sondern quasi die gesamte Front hier abdeckt. Und drei Kavalerieinheiten hat er mitgenommen. Ansonsten sind das alles Hoplitenbürger nur. Und einmal Söldner. Beziehungsweise da kann noch was in diesem Wald stehen, was wir nicht sehen können. Schicken wir direkt mal die Kavalerie vor, dass die vielleicht schon mal was aufdecken kann. Und gehen mal unseren Planklern vor. Warte mal, wie weit kann... Ja gut, der mich da angreift. Ich habe mich bewegt, ich weiß. Da wird er mich auch gleich für schelten, dass das eine Munitionsverschwendung war. Aber das ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Mal sehen, dass wir vielleicht die Pell-Tasten dann hier so reinwerfen in dem Bereich. Und den Infanterie-Flügel würde ich dann glatt vorziehen. Den linken. Also nicht nur jetzt hier nachziehen, sondern ihm entgegenwerfen. Wobei, wie gesagt, wir müssen auch passen, da kann noch was auch hinter dem Wald sein, was hier um den Sumpf herum herumkommt. Kavalerie eigentlich nicht, denn die hat er ja alle mitgenommen, alle drei. Hinten stehen sogar unerfahrene Oblieten. Also sein Plan ist, den Kampf mit den Planklern zu gewinnen, scheint mir. Und mit der Kavalerie dann auszunutzen, was sich da auftut. Spannend. Das wird richtig spannend. Geht nach Hause, ihr Athena. So, dann muss ich auch vielleicht mal das Mikrofon runterbringen und euch nicht nur voll knarzen damit. Ja, hier braut sich was zusammen. Da geht es direkt in den Nahkampf gegen die kirtischen Bogenschützen. Das ist natürlich nicht so angenehm. Aha, da sind die mittleren Fußtruppen. Und da kann natürlich auch noch deutlich mehr drin stecken, das ist klar. Ja, wir laufen noch Bogenschützen zu, die stehen und schussbereit sind, das weiß ich. Nehme ich aber so in Kauf. Und hier habe ich mich bewegt. Ist das auch schlecht, das weiß ich auch. Ja, sag mal. Die, die immer standhalten, hm? Gehen fort mit euch. 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 Ja, der muss sich halt drehen, damit der hier wegkommt. So, den auch reindrehen. Die können sich nicht zurückdrehen, weil sie halt unflexibel sind. Untrainiertes Pack. Ja, machen wir es so. Gut, gut. Und da rückt die leichte Kavalerie weiter über den Flügel vor. Müssen wir bald mal irgendwie eine Riegel vorschieben, aber wir haben nichts, um eine Riegel vorzuschieben. Vielleicht unsere leichte Kavalerie nochmal verlegen. Wobei ich die gerne da einsetzen würde. Und der nächste Charge, der standgehalten, der Pell-Tasten. Mhm. Rotierende Plänkler hier. Die wollen sich mit den Pell-Tasten nicht anlegen, wie es aussieht. Ja, auch was geschwächt. Oh je, oh je. Okay. Aber wenn sie den überstehen. Sie haben sogar gewonnen. Zwangspanik. Ja. Der da unten hat standgehalten. Naja, okay. Wo kommt der denn hin? Der kommt bis da. Kann dann aber von der Kavalerie attackiert werden. Das wollen wir natürlich nicht. Hum. Hmm. Hmm. einen Schritt vor, einen Schritt rüber, einen Schritt her, aber wie war ich mit denen erstmal ganz aus. Da ist ja oben fehlst du aber drin, hier will man jetzt auch nicht überall reinwerfen, unsere einzige Kavalerieeinheit. Wir müssen diesen Kampf hier entscheiden und dann eigentlich schleunigst losdrücken und wir den Kampf hier gegen die schwachen Einheiten gewinnen. Das ist ja der eigentliche Plan, nicht wahr? Dann können wir hier sogar mit den besseren Truppen noch einen Schritt weiter ziehen. Hier auch, dann gehen die schon mal ins unebene Gelände, dann nächste Runde hier die Bogenschützen weg, dann können die Truppen weiter verrücken, die sind gedeckt durch den Sumpf. Ja und dann ist die Frage, ob das hier überhaupt noch Sinn ergibt, ob wir mit denen nicht auch da wieder hochziehen. Ja, 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 was passiert hier? Da wird geplänkelt mit dem Plänkler. Wer hat es gedacht? Ja, da hat er unsere Peltasten geschwächt. Oh, bewegt und gefeuert. Was ist da los, Buttermünchen? Munitionsverschwendung. Hier unten geht es weiter. Eieiei, durch einen Angriff direkt. Das gibt es doch nicht. Eine Kavalerie geht wieder zurück. Ist auch interessant. So, wie sieht es hier aus? Könnt ihr die mal? Stand gehalten. Ich brauche die Bogenschützen, um auf die Kavalerie zu schießen. Jetzt hört auf hier. Oh, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wenn ich den angreife, ist die Frage, wo die hinrennen, ne? Das geht nicht. Da hoch könnte man. Aber ist die Frage, wie man hier stehen bleibt. Und wie schnell die hier runterkommen. Die kommen nicht raus. Risiko. Das ist aber noch okay. Da wird aber schlecht die Kavalerie wieder zurückziehen. Ich muss mal überlegen, ob wir hier noch rausrücken. Hier können wir erstmal einen Flankenangriff gehen. Hätten wir gleich machen sollen. Paniker. Das hätten wir gleich machen sollen. Da hätten die hier, wären die hier in der besseren Position. Langendistanz und bewegt ist alles nicht optimal. Hier kommt bitte schnell mal aus dem unebenen Gelände raus. Ihr rückt hier am Sumpf entlang. Das ist mein Sumpf. Hier kommt ja weg. Hier kommt ja weg. Ich mache das weg. Gettet die Kavalerie zu sagen. Alles klar ist, damit wir mal daran leben. stand gehalten das ist schade ach und die gehen bis dahinter her das ist natürlich auch nicht gut und die halten stand wäre schöner gewesen wenn sie hier reingegangen wären hätte ich aber natürlich auch vorher ziehen müssen also immer von rechts nach links zu gehen ist jetzt nicht die beste option die man so hat wir haben leider nicht so viel glück mit unseren pell tasten schade so weiter geht's gegen butterblümchen das große plänkler gefecht die erwischen mich da noch also unglücklich und die wurden noch zermürbt dadurch ok den könnten wir eventuell hier stellen geschwächt die weichen aus steht die kammer direkt vor uns das gefällt mir natürlich kommt der angriff ja weil er sich hier nicht will natürlich nicht in das und eben eine gelände sie gegen die wurfspieße wie weit gehen die hinterher komplett und werden jetzt direkt gestellt lassen sich aber sofort wieder zurückfallen der vorhand er kann dadurch wie hoch ist die wahrscheinlichkeit wir werden sehen das ist ärgerlich jedes direkt zum mit wurden wenn wir uns jetzt mal diese peltasten hier vor knüpft stand gehalten ja gut die sind halt auch besser gepanzert die sind stehen gibt ihnen das ist gut dann können wir nämlich hier die lücke füllen hier springen wir einmal über das unebene gelände in anführungszeichen das war schwach wohin mit dem bogenschützen wie man da in position bringen dann haben wir noch die leichten den werden wir die bogenschützen mal bearbeiten nächste runde können wir sie dann vielleicht stellen falls wir dann noch die moral dafür haben ja und hier müssen wir müssen aufpassen mit der kavallerie hier wenn wir die hier unten gebunden kriegen mal gucken wo die hinzieht eventuell die peltasten wieder in den sumpf zurückziehen und die plenkler primär gegen die kavallerie einsetzen natürlich wieso so wie wird es denn hier weiter gehen auf der flucht er rennt dadurch ich werde wahnsinnig gut dass das passieren kann war natürlich klar aber es hätte nicht passieren müssen geschwächt durch beschuss und kommt da noch mehr aus dem wald bisher ist da nichts zu sehen ja geschwächt hier gesammelt schön die wurden geschwächt dafür trotzdem machen kontakt haben wir relativ gute chancen jawohl dann haben wir die nächste plenkler raus gut wir stehen uns aber natürlich hier noch im weg herum das ist klar hier haben wir viele plenkler die jetzt mobil machen können wieder 28 egal macht trotzdem ohne schützen auch geschwächt das ist gut gut hier stehen wir noch im sumpf immerhin geschwächt damit kann man schon mal arbeiten die kavalerie auch die jetzt nicht zurückweichen konnte in der situation und die müssen hier zur flanken sicherung gegen die kavalerie da oben mal anrücken können sie nicht mehr drehen aber ist okay wenn sie da stehen bleiben ja und hier warten wir erst mal weiter mich war da sammeln sich die plank da noch mal das gibt es ja nicht frech heute so hier gibt es kämpfe die leichte greifen ist von hinten an wurde abgewehrt und dann folge angriffen ein die rücken ran wie gesagt da müssen wir die zweite einheit jetzt für den flankenschutz hinbringen und die infanterie kommt vor das scheint nichts weiter zu stecken achts ja wirklich ärgerlich das ist ärgerlich können sie nicht in nahe kampf kriegen wir ein lucky roll nein wir verlieren sogar entschieden so ich mach das mal trotzdem weil die kritischen bogenschützen einfach ziemlich gut sind stand gehalten geschwächt das ist schon mal hübsch das ist schon mal nicht übel die sind darauf geschwächt leider nur unentschieden die können es ja nicht mehr drehen das sag einmal so und die situation hier wenn man auch im nahkampf versuchen können natürlich die dürfen nicht in nahkampf also nehmen wir warte mal nehmen wir die vor die raus greifen ruhig an stellt sogar in die lücke ja die sind geschwächt die lassen wir erstmal zurückfallen nicht nur drehen leider nicht gut die kavallerie da müssen wir hinterher aber wir haben ja auch wir können uns mit denen noch rechtzeitig drehen und so ist es denn general nein das ist überhaupt kein general in der kavallerie das ist auch interessant dafür habe ich da an den hat er hier in die leichte reingesteckt warum hat er den in die leichte vielleicht braucht er den für den bewegungs bonus oder so dringend dass er keine so hohe reichweite hat das können wir leider nicht sehen nun ja und den hat er hier rein gewechselt gut das ist verständlich weil er die wieder sammeln will und hier ist der oberbefehl zauber kalli gratis mit den hopliten sollten man ansonsten das sind alles nur bürger und unerfahrene dahinten ich bin gespannt